Das warst du auch. Nur am Ende war er besser als du. Hier spricht die Wahrheit. Ich habe möglicherweise ein paar falsche Entscheidungen getroffen. Diese Entscheidungen liegen in der Vergangenheit. Triff nun die richtigen. Hey, er hat gesagt, dass ich besser bin. Hast du das gehört? Ach, Lehrling. Juhu! Spritzer! Kriegsmagier Nummer 1! Wie gefällt dir das, du verrücktes Ohn? Ich find's so geil. Wie gefällt dir das, du verrücktes Ohn? Ja, Leute, wir sind wieder da und wir müssen was beichten. Oder beziehungsweise ich muss was beichten, denn ich hab Scheiße gebaut und DxTory hat zweimal Lautsprecher aufgenommen in unseren Aufnahmen. Deswegen sehen wir ein bisschen anders aus. Wir haben... Gia, kommst du mal her? Ah, warte, 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 warte. Jaha. So. Aha, guck mal Lias Outfit an. Dann seh ich's auch endlich mal von vorne. Ist das nicht sexy? Ah, sex. Ja, Lia, warte mal, bleib nochmal so stehen. Jetzt umdrehen, bitte. Ja, damit die Kamera nehme ich deinen... Ah, den Bauch. Ah, Lia. Ja, Lia hat ein hübsches neues Outfit. Ich hab auch eins, das man nicht so gut sehen kann. Ist aber auch nicht so schlimm. Ist ja ein Kerl. Oder ist nicht so nackt, was auch gut ist. Ja, pack wollen wir hier mit uns und so. Nein, nein, Lia, nein. Nein, Lia, nein. Gönn mir halt auch mal. Mir gönnt ja auch keiner was, so. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, genau, ich hab ein paar Scheiße gebaut und die Aufer hat noch drin gemacht. Die Mauer, glaub ich, noch mal, oder? Ja, genau, einfach mit der neuen Herausforderung dann. Ja, leider mit einer anderen Herausforderung, aber gut, dann kennen wir die auch nicht. Das hat aber sehr viel Spaß gemacht und hoffentlich wird das bei der auch wieder so sein. Ich denk schon. Wir können ja auch vielleicht nochmal einen Bonuspart dann machen, oder? Ja, warum nicht? Das Spiel macht ja uns ja beiden sehr viel Spaß. Ja, das Spiel ist total cool. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal dafür sorgen, dass wir hier nicht sterben, denn wir müssen die Mission ja nochmal schaffen, was einfacher ist als vorher, muss ich euch leider sagen. Ja, weil wir halt ein bisschen mehr eingekauft haben auch, ne, und gelevelt haben und so. Gelevelt haben halt. Wir haben halt einiges noch an... Also wir hatten danach nochmal ein bisschen gespielt und ähm, haben noch ein paar Schädel bei uns geholt und so. Mhm. Ja, weil... geil oder so? Weil wir geil sind. Weil wir geil sind. Weil wir geil sind. Wir sind so geil. Wir sind geil. Nein. Das war's. Also, sind wir also. Ich kann nur für mich reden und... ja. Oh ja, schön. Ja. Okay, wir können noch ein Parler hinsetzen. Wie haben wir das gemacht? Also hier haben wir verteidigt, ne? Ja, genau. Hier standen wir. Ich hab jetzt oben Bogenschützen, ich hab jetzt hier einen Bogenschützen. Äh, ich glaub, ich setz hier noch einen hin. Das geht noch. Jetzt hab ich noch tausend. Wieso hab ich immer so viel Geld? Geld! Wie schweiß das nicht. Äh... Magst du hier nochmal eine Verlangsamungsriege... Ne, mach die hier hin. Hier? Davor. Ich da hin. Davor. Und dahinter am besten auch. Damit die fallen, nämlich... Damit die lange in den Fallen bleiben und dann... Dann macht hier aber... Kann ich noch einen Bogenschützen machen. Dann macht hier aber doch Eis Sinn, oder? Mh, ja. Ja, auf jeden Fall. Es ist nicht ziemlich kalt hier. Und davor eigentlich auch, aber... Aber hier... kommen die Feuerpfeile... Weißt du... Jaja, genau, stimmt. Das ist blöd. Ja, okay. Aber ist es okay? Lass mal so. Das reicht ja erstmal. Hier aber... Wären auf jeden Fall... Ähm... Pustefallen... Äh... Dampffallen gut. Weil... Dann kommt der Bogenschütze eher dran. Und hier vorne hatten wir ja auch noch welche, ne? Ja, die kosten ja eigentlich viel. Also wir haben's jetzt... Genau, wir haben's jetzt so gemacht... Ja, du musst das aber auch noch bei dir da in den Gang machen. Ähm... Ja. Wir haben's jetzt so gemacht, dass ich keine Verlangsamungsfalle mehr hab, Leute. Deswegen... Ähm... Weil wir festgestellt haben, ich krieg überhaupt gar keine Kohle. Und um das so ein bisschen auszugleichen, weil Lia einfach die Ultra-Kombos macht... Bäh, 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 bäh! Mit ihrem... Mit ihrem kleinen, äh... Spritzenstab. Spritzenstab. Da unten auch. Ja, komm, es ist wie ein Wasserstrahl, der da rauskommt. Komm, sehr wohl. Wie... Weiß ich nicht. Ja, wär vielleicht gut, um die schon mal anfangs ein bisschen langsamer zu bekommen. Und dann hier oben aber auf jeden Fall nochmal. Ja, auch dann. Aber... Lieber in die Mitte die Dings fallen und außen nochmal jeweils ne Reihe... Äh... Ne, obwohl... Ne, mach hier vorne... Äh... Dampffallen hin. In die Mitte mach ich noch Stachelfallen, wenn ich's kann. Soll ich noch irgendwo was anderes hin machen? Wenn ich das jetzt hier zu pflaster, ist's fertig. Mhm. Erstmal. Ich mein, das können wir ja so abwehren. So, was wolltest du in die Mitte machen? In die Mitte wollte ich Stachelfallen hin machen. Okay, genau. Und dann vielleicht noch ne Pfeilfalle. Dann hab ich dir das schon mal ein bisschen gedeckt da unten. Gut, kann ich dann... Ja, ne, gut. Dann hab ich dir das da unten gede... Oh... Pfff... You know it. I know. I know, I know. Und... Ja. Ne, Leute? So, wissen wir Bescheid. So, hier noch eine. Ich hab noch eine. Können wir loslegen... Oh... Ne, Moment. Mach die hier hin. Ja. Hier muss safe sein. Ja. Ja. Und dann hier noch eine hin und dann kannst du dasselbe nochmal an der anderen Seite beim Gang vielleicht machen, aber ich glaub kaum wird es da hinkommen. Also wenn dann eher hier bei der Treppe noch welche. Ah, ich vermute auch. Gut. Aber das machen wir dann. Gut, wir legen los, oder? Legen wir los! Ich nehm wieder hier unten. Die kommen doch eh erst nur oben, oder? Oder kommen direkt überall. Sie reichen durch! Ach so, stimmt. Kann sein, ja. Äh... Mach ich mir nicht einfach. Jetzt hier cool aus. Ist das eine Leber? Ist das eine Leber? Was? Was? Der Typ ist komisch. Eben, das mit den Badelatschen. Hier kommen kleine Koboldviecher auf ihn zugerannt und er fragt, ist das eine Leber? Nein, das ist eine kleine Koboldviecher. Okay. Ach Leute, bei uns macht dieses Spiel so viel Spaß. Was dumm ist, wir müssen das Resümee vom Ende nochmal machen hier. Das ist ja total doof. So kommt das ja voll gekünstelt. Oho, voll gekünstelt. Ist ja nicht so, als hätten wir uns vorher abgesprochen oder so. Nein. Beim letzten Mal. Ne, machen wir doch nicht. Quatsch. Wir machen das immer spontan, immer on the fly, Leute. So viel haben wir uns nicht abgesprochen, oder? Wir haben uns nichts aufgeschrieben. Ne, das nicht. Wir haben halt nochmal kurz gesagt, worüber wir überhaupt so ein bisschen. Ja. Also. Weil du hast das eh noch nicht gemacht. Richtig. Ich auch nicht wirklich. Also. Ich habe bis jetzt nur Alice beendet und Arx Fatalis beendet. Und noch eins. Was habe ich noch beendet? Ach ja, Portal, natürlich. Portal 2. Bei Portal 2 war mein Resümee eh total scheiße. Bei Alice war es glaube ich schon mal ein bisschen besser. Und bei Arx, naja. Wollen wir nicht drüber reden, ne, Leute? Guckt's euch selber an, dann wisst ihr Bescheid. So. Jetzt wollen wir schnell wieder zurück. Warum geh ich nicht da durch? Ich weiß es nicht, Lia. Könntest du mir ja sagen, warum du nicht da durchgehen möchtest. Ich weiß doch auch nicht. Ah, Fick. Da kommen sie! Okay, es lohnt sich nicht. Ich mach noch. Warum machst du da Bogenschützen hin? Warum nicht? Ah! Ah, fuck. Wir sind die Schilde des Arx. Ich muss jetzt auf den Palas sparen. Ich bin hier! Ah, mein Gott. Wo kommen sie noch her? Nur da? Okay. Äh, nee. Von unten kommen keine bei mir. Ähm. Doch. Aber jetzt kommen sie aus dem Gang wieder. Warum schießt die blöden Bogenschützen nicht da drauf? Äh, nein, Lia. Wir dürfen uns nicht aufteilen. Ich auch nicht. Also, beziehungsweise nicht so zusammenfallen. Hier richtig. Pass auf! Pioniere! Denn hier ist jetzt zappenduster und jetzt kommen auch noch Pioniere, Mädchen. Mach dich schön! What? Das wuckt! Das geht grad nicht! Wuckt dich! Okay, wir sind safe. Ich helf dir! Yay! Versteinerlich! Ich fahr dich! Oh mein Gott! Hier kommen ja irgendwie so ganz wenige nur. Ja, sag ja, ich kommt grad schlecht. Ein Schädel! Schädel! Geh dir noch Schädel zurück, Mädchen. Oh, scheiß, ich bin fast tot. Oh, die Heilung. Da oben ist nur noch eine. Wer ist denn da so langsam? Echt? Ist das ein Ora? Oh, ein mittelschwerer Orkkrieger. Keine Ahnung, wie der sich verlaufen hat. Keiner. Haben wir hier irgendwo Heilung? Das hab ich nicht gesehen. Nee, haben wir nicht. Oh, scheiße. Jetzt gibt's das Feines! Ach, ich bin ja nicht für ein paar Leiche, Idiot. Okay, jetzt kommen sie hier unten auch. Und ich brauch... Hallo! Sie sind unten! K-k-k-kombo! Warum rennen die schneller die Treppe hoch, als sie normal laufen? Ja, das ist total krass. Das macht überhaupt keinen Sinn. Okay, wenn die Programmierer hier zuschauen sollten, was wahrscheinlich nicht der Fall ist, aber wenn, dann... Leute, ihr seid Vollidioten. Was soll denn das? Da kann man auch besser was machen hier. Okay, die kommen jetzt auch am langen Gang. Oh, ich brauch das hier. Meins. Da hat er mich natürlich wieder getroffen, der Penner. So ein Orsch. So ein Orsch von einem Org. Ja, Leute, wir haben ja noch eine kleine Premiere. Zumindest ich heute. Ich hab nämlich meine Sound-Einstellung mal ein bisschen überarbeitet. Und hoffe, das merkt man. Das soll mir nur Verarbeitungszeit ersparen. Also merkt ihr vielleicht gar nichts davon. Ich wollt's trotzdem mal sagen, weil ich so glücklich bin. Wir haben jetzt so lange dafür gebraucht. Ich hab Lia damit belästigt. Ach, Quatsch. Die drei Stunden. Neck. Nein, so lange war das nicht. Ja. Ne? Lia, ne? Ja. Entschuldigung. Ja, ich weiß schon, ja. Das wird mir mehr wehtun als dir. Ach nein. Andersrum. Dieser Vollhonk ey. Ich find den Typ so gut. Der ist so Hammer. Der ist so voll drauf. Der hat Nutella aufm Brot. Definitiv hat der Nutella aufm Brot. Ja. Das stimmt. Das sind nur die coolen Kids. Äh. Äh. Warte mal. Was machen wir denn hier? Ne? Ja. Ja. Hoffe ich. Aber das, dass man echt hier nur gegeneinander spielt, das macht keinen Sinn. Ja, man müsste das halt irgendwie dann teilen. Also find ich, ne? Ja, das Geld. Oder man müsste einen Modus wählen können, dass es so ist. Genau. Find ich auch. Das ist auch noch okay. Das ist okay, wenn man das machen möchte. Kann man das machen. Absolut. Aber eigentlich müsste das Gold shared sein. Entweder komplett der Goldpool oder so. Entschuldigung. Hier noch. Oder. Das muss man machen. Ja, machen. Oder aber man sollte jeder das gleiche Gold bekommen. Oder halt. Mana-Währung. Gedönst klar. Und genauso mit den Schädeln. Find ich irgendwie unfair. Wenn da dann nur einer liegt zum Einsammeln, dann prügelt man sich so. Naja. Man teilt sich ja natürlich auf, um die Typen zu bekämpfen. Und dann muss man Glück haben, dass gerade da ein Schädel fällt. Das ist voll dumm. Das ist voll dumm. Aber gut, wir machen das hier noch weiter. Und vielleicht kriegen wir nachher noch fertig die Folge. Okay, sie kommen hier hinten nur. Warum? Ich trau den Braten nicht. Ich achte drauf. Ja, ich steh hier ja noch. Ich steh hier ja noch ein bisschen weiter hinten. Okay. Ich mein, zurückgelaufen ist man schnell. Ja, ja. Das stimmt. Warte. Ja. Wie du immer verzauberst. Das ist so unfair. Das ist voll unfair. Das ist nicht unfair. Das ist voll unfair, Mensch. Ach Gott. Das hat jetzt jemand Geburtstag. Wir sind auf dem Weg. Was? In einer halben Stunde. Ah, ich weiß. Weißt du, ja? Ja, ich weiß, ja. Und ich weiß auch, wer hinfährt. Ja, genau das. Oh, wie Lian. Oh, wie Lian. Gut erwischt. Das war ein schöner Kombo. Glaub ich. Auch wenn ich gesehen habe, wie viel das gebracht hat. Und es hat Boom gemacht. Wie er immer sagt, und es hat Boom gemacht. Oh, hast gesehen? Ich bin durch das Ding gegangen. Yay, Lian lernt. Wuhu. Jetzt gibt's das Feines. Oh, Parla. Parla-Zeit. Parla-Time. Ja. Ich bin so doof. Ich bin so doof! Ah, egal. Äh, wir kommen hier, ne? Sie kommen hier. Ja, ja. Und die Pioniere gehen erstmal durch die Gegend. Und im langen Gang auch. Ja. Ich geh mal... Ja, aber nur im langen Gang. Nicht hier unten. Lass sie ruhig im langen Gang. Die brauchen ja noch ne Weile. Hm. I guess. Oh, Feuer-Urger. Ja, moin. Dreckiges kleines Mistvieh. Okay, jetzt könnte man zum langen Gang gehen, weil ich nämlich dumm genug war, dort noch keinen Paller einzustellen. Ja, mach mich... Ja, komm. Ja, komm. Bring mich um, blödes Vieh. Die sind so nervig. So, ich bin bei dir. Oh. Wenn sie durch mehrere Fall sterben, ist es noch lustiger. Ja. Treffer-Serie. Ja. Der Typ ist auch ein strategischer Meister, oder? Hm. Wenn sie durch mehrere Fallen sterben, ist es noch lustiger. Ja, aber es ist weniger effektiv, du Fall-Horse. Unglaublich. Mia, erzähl doch mal was von deinem Tag. Oh, besser nicht. Oh. Aber du hast doch gesagt, heute wär's besser gewesen. Ja, heute war's auch besser als gestern. Aber ähm... Es ist keine Besserung in sich zu wirklich so... auf... so langfristig... Auf langesicht gesehen, ja. Deswegen... Ich bin ja dabei, was zu ändern. Aber das ist doch schon mal etwas. Ja, das stimmt. Änderung ist... Änderung ist nicht immer schlicht. Nö, nö, nö. Auf gar keinen Fall. Keiner kommt vorbei! Äh... Was war ein Bogenschutzengesetz? Nö. Ich weiß. Aus gutem Grund, weil das hier mein Platz ist. Äh... Ähm... Ich muss noch ein bisschen Geld machen, du machst hier die Kombos, damit machst du deine Kohle. Ich mach meine damit, dass einfach alle Viecher gleichzeitig alle... also alle Feuer. Oh. Oh. Die Klopemagier. Ah, das sind die Typen mit den Zielsuchenden geschossen. Ja. Ja. Da kommen ja noch mehr in den anderen Leveln. I remember. Aber ich fand die anderen Level irgendwie... auch einfach, oder? Ja, also gerade das letzte. Also da hab ich mir jetzt irgendwas Haptikeres vorgestellt. Okay. Ja, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Aber die Story fand ich gut am Ende. Das werden wir auch noch wieder sehen. Ja, das ist schön. Ja, das wird echt gut. Äh... Wir werden schnell was aufstellen. Boah, ich hab nur 1300. Ich hab 1900. Okay. War nicht viel mehr. Sonst brauchen wir eigentlich nix, oder? Wir bleiben nicht... Ein bisschen Verlangsamung wäre vielleicht noch gut. Ja, wo? Warte mal, ich brauch 900 hierfür. Dann könnte ich noch zwei Bogenschützen setzen. Seht besser Badeschuhe an! Sonst passiert noch eine Rolle! Keine Ahnung. Einfach hier. Überall. Wo du kannst, weil... Schaden kannst du nicht. Oder sollte nicht. Mein Bogen ist teuer. So, dann setzen wir hier nämlich noch zwei Bogenschützen hin. Dann haben wir hier richtig schöne Armada. Boah, ist das super, Leute. Aber wie das hier weitergeht, sehen wir erst im nächsten Part. Nächste Woche. Ich glaub wir brauchen ein paar mehr, Lia. Ja, das kann sein. Als das letzte Mal. Aber ist ja auch nicht schlimm. Egal. Dann wird's halt nicht genau. Aber naja. Naja. Dreh mal drauf. Egal. Bis dann, Leute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.